. . . . . . Augstein, hier ist das Licht. Oh, ich möchte mit feiern. Komm. Einmal große Koalition, einmal befruchte ich sie, möchte ich sagen. Aber ich feiere in Wahrheit nicht die 100. Sender. Hi, hi, frei. Können wir das mal vorspielen? Wir feiern in Wahrheit gar nicht die 100. Sendung. Ich zumindest feiere den deutschen Exportüberschuss. Halt, stopp, 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 stopp. Wieso denn nicht? Oh, Spiefer da. Das ist ein Garant dafür, dass es Europa gut geht. Denn immerhin, weil die deutsche Wirtschaft so stark ist, können wir auch diese ganzen Schutzschirme bezahlen, zum Beispiel, und dafür haften und haben noch so ein AAA, weshalb irgendwie ... Ist Ihnen das vielleicht schon mal in Ihr Kopf gekommen, wenn Sie die zweite Gehirnzelle auch anschalten, dass wir wegen dieses Exportüberschusses mitbeteiligt sind an der Krise? Denn die Krise, ja, das ist aber ehrlich gesagt auch nichts Neues. Wenn Sie ein bisschen Zeitung mal früher gelesen hätten, dann hätten Sie das schon wissen können. Mit den lustigen Buchstaben da drin? Inzwischen sagt es die EU, es sagt auch der amerikanische Präsident, es sagt der IWF. Das sind ja Top-Absender. Es sagen, ja, es sagt der Ökonom Hans-Werner Sinn, der jetzt auch nicht so ein ganz starker Linksextremer ist. Hans-Werner Sinn. Die Krise ist ... Eine Wunderkerze auf Hans-Werner Sinn. Das ist der mit den Target-Zahlen. Die Gegenseite unseres Überschusses. Wir haben 200 Milliarden Euro jetzt Überschuss. Oh Mann, ein Meter. 200 Milliarden Überschuss. Das zahlen Sie nachher. Ja, nee, das geht von mir. Das ist mal ein Faden raus und das zugenäht. Das sind 6 Prozent, 7 Prozent unserer Gesamtwirtschaftsleistung. Wir haben das mal unterschrieben, dass wir sowas nicht machen. Wir haben auch mal unterschrieben, dass wir auch an einem europäischen Gleichgewicht mitwirken, natürlich. Aber Ihnen ist schon klar, dass die 7 Prozent, die bösen, garstigen 7 Prozent, ich mach das jetzt mal aus hier, die 7 Prozent, das ist ja in die ganze Welt, das ist ein Tick mehr als Europa, müsste Ihnen, rund der Globus. Ja. Ja. Und der Exportüberschuss, der jetzt so inkriminiert wird von den Brüsseler Kollegen, die besser Kloschüsseln ausmessen würden, der in die Eurozone nämlich und nach Europa, in die EU, der ist gesunken. Und zwar deutlich. Der hat sich halbiert seit 2009. Was hier deutlich wächst, ist der Export in die USA, die sich gerade hier reindustrialisieren, und in die Schwellenländer, die großen in Asien und in Südamerika. Und was ist daran jetzt bitte schlimm? Was ist daran schlimm, wenn die deutsche Wirtschaft stark genug ist, noch stark genug ist, wettbewerbsfähige Produkte zu machen? Ja, das ist lustig, weil das ist, ich dachte mir das schon, weil das ist eben so schön Boulevard des, das kann man so schön so rübertragen und so. Sie glauben, dass sozusagen dieser große Leistungsbilanzüberschuss ein Zeichen für eine besonders wettbewerbsstarke Wirtschaft ist, nicht? Für was denn sonst? Nee, das ist aber auch ein Zeichen für ein Defizit. Wir haben nämlich nicht nur einen Exportüberschuss, wir haben ein Importdefizit. Wir investieren viel zu wenig im Inland. Haben Sie mal was mit Ökonomie gemacht, oder hat es bei Ihnen nur für was mit Medien gereicht? Volkswirtschaft, da haben Sie Ihren Taschenrechner, deshalb bringen Sie den auch immer mit. Verstehe ich schon. Nee, alles klar. Wir haben einen Investitionsunterhang, kann man das sagen. Wir investieren viel zu wenig. Unsere Löhne sind immer noch viel zu niedrig. Und, das müsste Ihnen jetzt eigentlich gefallen, aus rein klassisch-ökonomischer Sicht sind unsere Steuern auch zu hoch. Das sind übrigens die drei Sachen, wie man das Problem beheben könnte. Niemand, ich will das ganz kurz nochmal klarstellen, niemand hat die Absicht, der deutschen Industrie eine Mauer zu errichten. Davon redet niemand. Aber genau das ist es. Komm, das steckt doch dahinter, jetzt sei doch mal ehrlich. Das steckt dahinter. Die deutsche Wirtschaft gilt als zu stark. Also, die deutsche Autoindustrie macht die französische platt, jetzt schreit die französische Autoindustrie auf. Aber über die Frage, ob die eigenen... Das sind nicht die bösen Ausländer. Nein, 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 nein. Die bösen Ausländer, die wollen uns jetzt unsere schönen Autos wegnehmen und so. Nein, überhaupt nicht. Das ist doch Unsinn. Wir reden hier von Nationalökonomie. Da gibt es bestimmte Gesetze, die gelten auch für die Deutschen. Die Deutschen sagen aber, nein, die Deutschen sagen, aber das gilt immer nur für die anderen. Für die Griechen, die Rente an tote Rentner auszahlen, die Italiener, die den ganzen Tag Spaghetti essen und so. Aber wir müssen uns an keine Regeln halten. Irrtum. Ein Ding war auf jeden Fall falsch in Ihrem Satz. Wir reden, Sie reden die ganze Zeit. Ich rede hier ja gar nicht, weil ich gar nicht zu Wort komme. Bei der hundertsten Sendung, das ist total gemein, um das jetzt mal zu sagen. So, jetzt noch einmal. Das sieht aus wie bei Wim Tölke, was Sie da vorne hängen haben. Ja, Augstein 100, ne? Fragen 100. Jetzt sind wir im Ernst. Nochmal ganz kurz zurück ins Propedeutikum des kleinen, kleinen Taschenrechners. Die Deutschen müssten dringend, die Bundesregierung, die Länderregierungen, müssten dringend ihre Brücken investieren. Aber Mercedes-Benzel oder VWs oder BMWs werden sie bestimmt da nicht verbauen. Also das hat nicht so direkt was miteinander zu tun. Was Sie meinen, was Sie meinen ist, Moment, was Sie meinen ist, mehr Konsum in Deutschland, der ausländische Importe triggert. Was ist aber, wenn die ausländischen Importe nicht wettbewerbsfähig sind? Was ist, wenn die Leute sagen, ich will gar kein ausländisches Auto, ich möchte jetzt auswählen ein deutsches. Und in fünf Jahren ist es wieder anders. Ich will gar kein ausländisches Auto. Sie haben das ja wirklich nicht verstanden. Das ist ja lustig. Ich dachte, Sie machen Witz, aber die Wahrheit ist, Sie haben es ja echt nicht geschneit. Also pass auf, jeder Ware steht auch eine Geldsumme gegenüber. Wir exportieren nicht nur Waren, wir exportieren ja auch Geld ins Ausland. Der Witz ist, dass wir es im Inland behalten. Wir geben das Geld gleich mit? Ja, natürlich, das tun wir letztlich, weil wir ja praktisch, weil Sie sehen doch aus wie ein Autohändler. Sie müssten sich das eigentlich vorstellen können. Also pass auf, stellen Sie sich vor, der... Ein Autoverkäufer in Alicante. Ja, und der kauft jetzt ein Auto, deutscher Bauart, der wird jetzt die Marke nicht nennen. Verkauft an einen... Ja, naja, an jemanden, der sich das im Prinzip aber gar nicht leisten kann. Der leistet sich das Geld von der Bank, die Bank gibt ihm das auch gerne und dann kann er den Kredit nicht zurückzahlen. Die Bank geht pleite, was passiert? Wir retten die Bank. Das heißt, wir bezahlen das im Prinzip alles selber. Darf ich das Beispiel einmal verlängern? Gerne. Ja, also der Typ, der sich das Auto nicht leisten konnte, der ist jetzt... Der nimmt also einen Kredit auf, den er in Wahrheit nicht bezahlen kann. Also er verhält sich doof, um es mal ganz platt zu sagen, ja? Jedenfalls macht er das. Jetzt sagen wir, okay, meinetwegen, dann liefern wir dem keine Autos mehr, damit er nicht irgendwie falsche Dinge damit macht. Dann ist er aber immer noch doof. Der kriegt zwar jetzt kein Auto mehr von uns, aber doof ist er immer noch, oder? Und was kauft er dann? Dann kauft er irgendwas anderes, was er sich nicht leisten kann. Dann steht da genau dasselbe Problem. Das hat doch nichts ursächlich mit den deutschen Exporten zu tun. Es geht darum, dass wir das Geld hier im Inland ausgeben, für Investitionen und für Löhne. Das ist sozusagen die Antwort auf Ihre Frage. Und das betrifft nicht nur Europa, es betrifft auch die USA und Asien. Die sind mir aber ehrlich gesagt nicht so wichtig. Also erstens mal sorgt ja auch die deutsche Exportindustrie, wenn sie denn wächst und weiter stärker exportiert, für Importe, nämlich in Form von Vorprodukten. In jedem deutschen Export... Komischerweise... In jedem deutschen Exportgut steckt zur Hälfte vorherige Importe von Vorprodukten. Also das hat auch was miteinander zu tun, wenn die Exporte steigen in Deutschland, dann steigen die Importe immer auch mit. Es gibt den Saldo, den Überschuss, da haben Sie völlig recht. Der, wie gesagt noch einmal, findet aber hauptsächlich statt mit Ländern außerhalb der Eurozone. Also dieses Ungleichwichtsargument, was man gegebenenfalls zulassen könnte, gilt aber gar nicht, weil es der Überschuss mit der Eurozone, wo das vielleicht zur Destabilisierung führen könnte eventuell... Ja, tut es, tut es, tut es, tut es. Der schrumpft, der schrumpft, der hat sich halbiert, nehmen wir das jetzt mal zur Kenntnis oder nicht? Oder brauchen wir den Taschenrecken, Augstein? Nein, er hat sich doch nur deshalb halbiert, weil die Krise in diesen Ländern so zugeschlagen hat. Das wäre ja... Ja, ist doch ganz egal, weshalb er sich halbiert hat. Das wäre quasi wie... Das wäre wie eine Wunderkerze auf die 50. Sendung, weil unsere Sendungen sich jetzt auch halbiert haben. Ja? Naja, gut. Aber im Ernst, Augstein, das ist doch... Sie können nicht... Die Lokomotive schwächer zu machen, das bringt den Zug nicht schneller voran. Nein, 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 das ist Ihr komisches Boulevard-Argument. Irgendwie so Sie... Was Interessantes bei dem Thema ist, es wird ein sozialpsychologischer Zug deutlich. Ich glaube, wir Deutschen denken immer noch so, wir müssen so ganz viel exportieren, weil wir dann so... Das ist so ein Männlichkeitssymbol für die deutsche Industrie und die deutsche Seele, wenn sie viel exportiert. Das ist aber ein Missverständnis, denn das funktioniert so nicht, denn Sie können auf Dauer... Also, ich gebe Ihnen die Chance... Nein, jetzt warte mal, das Rezept sozusagen, was Angela Merkel allen Ländern empfiehlt, wir müssen alle anstreben, Überschüsse zu haben. Das geht gar nicht, da müssten wir nämlich Handel treiben mit irgendwelchen Exoplaneten oder so. Die Welt kann keinen Überschuss mit sich selber haben. Nein, das ist wohl wahr. Schau mal an, aber das können Sie auch mit Ihrem Taschenrechner ausrechnen. Aber es können wechselnde Länderüberschüsse haben und Deutschland hat da auch schon mal einen Import... Also einen Importüberschuss... Und in Europa sollten wir das nicht anstreben. Ich finde, ausgeglichene Handelsbilanzen hieße vollkommen ständig gleiche Wettbewerbsfähigkeit. Das werden Sie niemals herstellen. Das können Sie nur durch Zwang herstellen. Und das wäre Quatsch. Ach was, ich habe dazu keine Lust mehr. Ich werde jetzt hier mal als Drittenzieher mich mal betätigen. Als Drittenzieher? Als Drittenzieher mich mal betätigen. Also das... Ach so, die 100. Aber Augstein, es tut mir leid, sagen zu müssen, in dieser Sendung waren Sie die Null und was die Doppel-Null ist, das sage ich jetzt nicht. Wir feiern den 100. Geburtstag der Sendung und übrigens auch von Willy Brandt, der vor 100 Jahren geboren wurde. Geboren wurde, ein großer. Im gleichen Jahr als August Bibel starb. Aber Sie wollten eigentlich auch noch über Wulff reden. Und die Frage, ob es mal wieder die Medien waren, die den Mann gehetzt haben, wie er vor Gericht jetzt gesagt hat. Er hätte sich gehetzt gefühlt und so weiter. Und Sie sind ja der Meinung, der Prozess ist überflüssig. Ich finde es nicht. Das Mitleid mit Wulff, das habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich finde aber, dass... Ich habe nicht so genau verstanden. Also, da geht es jetzt um was, 750 Euro oder so. Deshalb, nee. Und da geht es um 750 Euro und deshalb haben wir 20 Verhandlungstage und 40 Zeugen und ich weiß nicht was. Kann man das radieren? Verhältnismäßigkeit der Mittel? Das hat auch ein bisschen... Ich meine, gibt es noch? Was heißt Verhältnismäßigkeit der Mittel? Es geht über Grenzüberschreitung, ja oder nein. Und dann, ob es ein halber Meter ist oder 500 Meter ist dann letztlich für die Frage der Grenzüberschreitung... Das Gesetz des Gesetzes muss sozusagen auf ihn niederkommen, das ist doch Unsinn. Das haben wir doch gar nicht gesagt. Also, Entschuldigung. Aber was hätte man... Bei jedem anderen wäre doch der Prozess eingestellt worden. Sind wir uns da einig? Aber die Chance hat er gehabt. Die Chance hat er gehabt, die wollte er nicht haben. 10.000 Euro, 10.000 Euro Strafzahlung, 20.000 Euro Strafzahlung, was wirklich eine große Summe ist, was wirklich ein Schuldeingeständnis ist. Es ist doch... Da ist aber seine juristische Schuld, ist doch gar nicht das Problem. Er hat ein politisches Versagenlag vor und kein Jurist... Das ist nichts für Staatsanwälte. Ja, aber das ist keine Argumentation für Staatsanwälte. Die hätten sich zurückziehen sollen und sagen sollen, der Fall ist im Prinzip erledigt. Nein, das ist nicht wahr. Der Fall war politisch erledigt und hat auch die politisch richtigen Ausgang genommen. Da sind wir uns ja beide einig. Aber juristisch war er eben noch nicht erledigt. Das ist unwürdig. Es ist genauso unwürdig wie dieser Quatsch, ob ihm jetzt nun dieser Ehrensold dazu steht oder nicht. Das ist doch unwürdig. Der Fall ist erledigt. Er war ungeeignet für das Amt. Er ist zurückgetreten. Damit ist der Fall erledigt. Finde ich nicht. Unwürdig ist nämlich keine Kategorie für die Juristerei. Die muss schon nach ihren Regeln gehen, damit sie... Tut sie ja nicht. Bei Ihnen oder mir hätte man das Verfahren... Bei Ihnen vielleicht nicht, aber bei mir hätte man das Verfahren eingestellt. Aber nur, weil man keine Lust hat, Sie vor Gericht reden zu hören. Prost. 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 Untertitelung des ZDF, 2020